Das Lied ist auch cool, das muss ich auch spielen. Und das fetzt ihn auch so die Birne weg? Nein, Autogramme gibt's später. Nein, jetzt nicht. Security, Security! Henning, ich bin der Clubbesitzer. Ich würde gerne mit dir über deinen Auftritt reden. Ich kann jetzt nicht. Ich lasse gerade das neue Lied von Angerfiss runter. Soll mein Eröffnungslied werden. Willst du mal hören? Wer hat er noch nicht runtergeladen? Henning, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Ich weiß, er ist noch ziemlich luschig, aber am Ende von meinem Set kommen die richtig harten Dinger. Henning, wir haben das bereits am Telefon besprochen. Das hier ist eine Schlagerparty. Dein Hardstyle-Dingsbums-Zeug ist hier völlig fehl am Platz, ja? Ich verstehe die Frage nicht. Heute Abend wird kein Hardstyle gespielt. Hast du das verstanden? Nein. Ja. Schönen guten Tag! Aufkommen ist auch nicht mein Name. Ich würde gerne in Ihrem Club mal eine kleine Routinekontrolle machen. Da drin ist eine Schlagerparty. Glauben Sie mir, da passiert nichts Aufregendes. Haben Sie mal das Frühlingsfest der Volksmusik geguckt? Ja. Haben Sie mal die Leute im Publikum genauer angeguckt? Ja. Und Sie wollen mir weismachen, dass die ganz normal drauf sind? Ja. Okay. Von mir aus gehen Sie rein, aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Glauben Sie mir, ich weiß, wo ich meine Pappenheimer finde. Versaus nicht! Hey, Menschen! Halte Menschen. Ähm, wenn ich lauter reden soll, sagt Bescheid. Ihr hört damit nicht so gut. Ähm, ja, ich habe ein bisschen Oma- und Opa-Musik mitgebracht für euch. Wo sind die Hände? An den Armen! Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja! Dann kommt jetzt Best-Off 2019 Schlager! Kacke! Achni! Pasamos dentro! Mhm. Ja, ja, schön Krönsäure, ne? Schön zuknallen heute Abend, ne? Und draußen dann ein paar Kinder verprügeln. So sieht's aus. Hallo? Habt ihr auch was von Helene Fischer? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Das ist doch keine Musik. Das ist doch Beschädigung. Das Boot vom Zahnarzt hat sich schöner an als das. Los, verschwinde! Aber, aber ich wollte doch nur... Verschwinde! Das geht ja... Das geht ja ab hier! Mann! Da muss ich direkt tanzen! So, wo geht die Party? Komm her, Baby! Jetzt wett ihr getanzt! So, wett der Disco-Pox getanzt! Schön tanzt! Ja, und nach der Drehung kommt! Nach der Drehung geht's hier raus! Und jetzt geht's mal aus meinem Arm durch, Baby! So, hier, DJ! Nimm noch mal einen Schluck da! Oh, haha! Ja! Ja! Tut mir leid, Herr Klubbetizza! Ich kann nicht so tun, als wäre hier alles in Ordnung! Hardstyle ist das, was die Nacht zum Beben bringt! Hardstyle ist die Sahne auf der Torte! Hardstyle ist wieder eine Mathestunde, die ausfällt! Hardstyle war niemals tot oder weg! Hardstyle lebt und Hardstyle will never die! Hardstyle! Verschwinde! Meine Damen und Herren, es tut mir wirklich sehr leid, ich werde es jetzt hier übernehmen. Ich habe noch ganz, ganz tolle CDs mit, ja? Die Kasselhut auf Frühlingsspatzen und auch noch die Gaudibuben vom Knödelhof, ja? Ganz, ganz tolle Sachen! Liebe Freunde, wollen wir unser ganzes Leben lang nur Schlager-Schlager-Schlager machen? Lass uns mal was Neues ausprobieren! Ja! Genau! Stellt eure Hörgeräte auf volle Pulle, denn Hardstyle will... Never go! Endlich normale Musik!